Oh mein Gott, Barbie, ich bin so froh, dich hier zu sehen. Ihr zwei seid so ein hübsches Paar. Luna! Ich wollte hier spielen. Raus aus dem Wohnzimmer. Hey! Du spielst mit Puppen? Hey, hör auf! Keine Puppen im Wohnzimmer. Nicht weinen, Süße. Ich wünschte, ich hätte mein eigenes Zimmer. Merge deinen Wunsch in Erfüllung gehen. Was ist denn jetzt los? Oh, das ist so cool. Was ist das denn? Makeover zum kleinen Preis? Ich kann mein eigenes Zimmer einrichten. Mal sehen, hier sind jede Menge Farben. Yay! Ich wollte schon immer die Wände streichen, aber Mama hat es mir erlaubt. Egal, das ist nun mein eigenes Zimmer. Ich werde so viel mit den Händen malen, wie ich will. Nur noch ein paar mehr Farben, damit es schön bunt wird. Endlich Freiheit! Ich bin so eine tolle Künstlerin. Hm, sieht gut aus, aber irgendwas fehlt noch. Her mit euch! Du kommst hier hin und das Poster hier hin. Noch ein bisschen bunte Deko. Ah, ich liebe es. Ah, aha. Und nun male ich immer diese Buchstaben. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Und fertig! Das ist mein persönlicher Vergnügungspark. Wow, so cool! Ist mein Zimmer nicht wunderschön? Und viel besser als das von Steve. Wui, ich bin so glücklich! Hä, kommt das da raus? Steve ist ein Loser! Steve ist ein... Hm? Was ist denn da los? Oh Mist, er kommt! Moment mal, ich bin doch hier ganz alleine. Weg mit diesen leeren Kisten. Na, hallo du... Einmalzugang in meinem Park! Warte, was? Nein! Lass uns spielen! Du bist so ein Lug... Warte! Nein, nein! Autsch! Nein, 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 nein! Ah! Hab gewonnen! Nicht gegen mich! Dir werde ich's zeigen! Du findest also meine Schleuder zu klein? Nimm das! Ich gebe auf! Leg dich niemals mit mir an! Hm? Oh, Ballons! Oh, ich liebe Ballons! Ich will noch mehr davon! Hey, was, wenn ich sie so aneinander befestige? Und nun benutze ich einen Föhn! Das wird ne richtige Show! Wow! Das ist wie ein kleines Riesenrad! Äh, 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 äh! Ach, mein Kopf! Uh, was ist das denn? Uh, ein Rad! Hm, das bringt mich auf eine Idee! Egal, Zufallszauber, los! Wow, voll hypnotisierend! Hä? Ja, testen wir meinen Glück, Huggy Wuggy! Los, Luna! Hehe! Juhu! Es dreht sich! Yes, yes, yes! Los, los, los! Bitte, bitte, bitte! Yes! Ich hab ein Bonbon! Warte, was? Scharfe Peperoni? Oh, nein! Hahaha! Die musst du jetzt essen! Vielleicht ist es gar nicht so schlimm! Ah, nein, nein, nein! Rette mich, heiliges Wasser! Ah! Ah! Immer noch zu scharf! Hahaha! Oh! Was ist das? Hm, Moment mal! Ich bin in Barbies Haus, das ist nur Schokolade! Hm? Und was ist das? Warte, das ist ein Gadget! Ein aufblasbares Schwimmbecken! Hm, du denkst, du kannst mich aufhalten? Ich baue einfach meinen eigenen Wasserpark! Hm, mal sehen! Nein, ich hab ne Idee! Oh, ich nehm die beiden und befestige sie so aneinander! Aha, perfekt! Geschafft! Ich will auch einen schönen Spiegel haben! Aber das ist nicht nur ein Spiegel, er hat auch noch coole Lichter! Wow! Oh, weg mit euch, ihr leeren Kisten! Ich brauch das! Ich will mehr Deko in meinem Zimmer! Also male ich noch was richtig Cooles! Und streiche es rosa! So hübsch! Fertig! Und ich entferne noch die überschüssigen Teile und hier ist mein cooler Flamingo! Und der letzte Schliff! Aha, er ist so süß und flauschig! Ich hänge ihn mal an die Wand! Toll! Was? Hm, ich hab keine Angst vor Spinnen! Mach dich bereit auf deine Zerstörung! Hm! Nimm das! Schön raus mit dir, Spinnchen! Ein Kinderspiel! Rock'n'Roll! Eww, was ist das denn? Äh, Steve mag sowas! Bäh! Das ändere ich sofort! Verabschiede dich von deinem Lieblingsposter, Steve! Oh, fertig! Schau sich das einer an! Was für eine wunderschöne Gelande! Mein Zimmer ist großartig! Ah, ich liebe es hier! Hä? Oh nein! Ich brauch was zu essen! Hm, oh, ein Apfel! Ha? Oh, der ist aus Plastik! Oh! Hm, ich such mal weiter! Hm, irgendwo muss doch was zu essen sein! Hm, und was haben wir hier? Das ist mein Glückstag! Aha! Wow! Hahaha! Hahaha! Sag mir nicht, dass das auch Plastik ist! Haha! Es ist einfach alles aus Plastik! Ich muss hier weg! Lass mich raus, Witze, Witze! Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Hilfe! Hahaha! Hilfe! Du willst kämpfen? Na dann los! Ha? Oh! Oh! Ich muss hier raus! Oh? Oh! Dafür musste ich einfach nur rülpsen? Hm, alles klar! Oh! Und hier ist mein lieber Bruder! Aha! Hm, ich will einen Muffin! Klar, Steve! Lass dir Zeit! Ach, nicht das! Wo ist das? Oh, ja! Hehehehe! Hm! Hm! Was? Wo ist mein Sandwich? Ach, verdammt! Wenigstens hab ich meine Muffins! Okay! Dieser Idiot, der kann mich echt nicht sehen! Okay! Hm, schon wieder? Warum passiert das? Ach! Hm! Das ist komisch! Das letzte... Bleibt da! Ha! Hm! Das letzte Sandwich! Endlich hab ich was zu essen! Okay, jetzt... Ah! Oh! Nein! Oh, er ist im Hype-Modus! Ich versteck mich besser, bevor er mich bemerkt! Oh, er kommt! Wo bist du, Luna? Ich weiß, dass du hier bist! Oh, ihr Schloss! Blödes Ding! Ja! Ja, nimm das! Oh, nein! Steve wurde ins Schloss gesaugt! Ich muss nachsehen! Was ist das denn? Oh, nein! Hat Steve ein Zimmer für sich selbst eingerichtet? Das sieht furchtbar aus! Steves Spielplatz! Steves Spielplatz? Hey, Schwesterherz! Wie gefällt es dir hier? Ich krieg dich schon noch! Wow! Ah! Ha! Wow! Ha! Komm zurück! Sofort! Warte, ich bin hinter dir her! Oh, stimmt! Bleib, wo du bist! Habe ich dich! Warte! Komm zurück! Wo bist du? Steve! Warte! Wo ist sie? Hey! Wow! Sie wird mich nie... Wow! Ich bin echt müde! Ich auch! Es gibt ja genügend Platz für uns beide! Ja, finde ich auch! Hm, lass uns Freunde sein! Yeah! Spinne! Ah! Los, sieh mal, Casey! Sieh! Autsch! Wow! Schatzkiste! Da ist bestimmt Spielzeug drin! Ich hab sie zuerst gesehen! Nicht schon wieder! Wow! Was für Geräte! Was für eine ekelhafte Farbe! Hey! Gib das her! Wow! Pink! Der gehört mir! Oh, was für ein schöner Flamingo! Mami Casey füttert dich! Sag ab! Guter Junge! Mund zu und schön kauen! Mnomm! Wow! Er geht aufs Klo! Oh, was für ein süßes Spielzeug! Cool! Was haben wir noch? Was ist das? Ich drück mal! Ist nicht wahr! Pickel! Wie befriedigend! Eww! Was ist denn hier noch so drin? Wow! Das ist super cool! Wow! Diese Basuka schießt Blasen! Das wird eine Seifenblasenparty! Wow! Das Teil macht echt Spaß! Oh! Machen wir erstmal sauber! Ja! Gute Idee! Dieser Bund ist so drückig! Puh! Ich fühl mich wie Aschenputtel! Und was ist das? Wohnt hier ein Pudel oder was? Haben die Spinnenweben auch ein Ende? Ekelhaft! Ah! Tom! Hätt hier! Was für ein gruseliges Kuscheltier! Danke für die Hilfe, Brüderchen! Autsch! Du Monster! Mein Teddybär! Oh, ich dachte, ich hätte dich verloren! Mein Teddy! Niemand wirft meinen Teddy im Heer! Zeit für die Rache! Das könnte bequ... Pfff! Das ist für meinen süßen Teddy! Ich hasse dich! Moment, ich hab ne Idee! Hey! Gib das her! Ich weiß, wie ich meinen Sessel bequem krieg! Ich brauch ne Heißklebepistole, Glitzerpappe und eine Schere! Zuerst einen Kreis ausschneiden! Tja! Gut! Den dann halbieren! Abgefahren! Einmal schütteln! Ja! Jetzt der Kleber aufs Kissen! Ich darf mich nicht festkleben! Den Kegel festdrücken! Und die anderen auch! Wow! Abgefahren! Ein Stachelkissen! Cool! Aber ich will mehr! Yeah! Schon besser! Haha! Coole E-Boy-Kissen! Ich will auch sowas! Hm? Ich mach mir einfach ein Soft-Girl-Kissen! Ja! Bereit, kleiner Teddy? Also, teilen wir dich auf! Wow! Ein Kissen mit kleinen Bären drauf! Oh, voll schön! Ah! Guck mal, Tom! Haha! Ich will's! Ich hab's! Hm? Hm? Daraus kann ich einen coolen E-Boy-Tisch machen! Wir werden ja sehen! Tja! Zuerst einen Reifenton bauen! Dann kommt die Pappe obendrauf! Die wird rot und blau angemalt! Hahaha! Das könnte ich ewig machen! Dann einen Pinsel nehmen! Und die Farben mischen! Ich bin cooler als Van Gogh! Yeah! Cool! Haha! Die ganze Pappe wird mit der neuen Superfarbe bemalt! Und die Ecken nicht vergessen! Haha! Pinsel weg! Und der letzte Schläff! Haha! Die Reifen mit Klebeband umwickeln! Na komm! Wow! Ein toller E-Boy-Tisch! Jetzt schließe ich meinen PC und meine Tastatur an! Yeah! Aha! Fast vergessen! Krabbenchips! Haha! Ich bin ein echter E-Boy-Gamer! Ich will auch sowas! Altes Zeug! Was haben wir denn hier? Das nicht! Nein! Was ist das? Äh! Äh! Oh nein! Das ist kaputt! Warum bin ich so ein Loser? Äh! Lichterkette! Moment! Wir machen eine süße Wand! Die Lichterkette ankleben! Ja! Nice! Und nun kommen die Wolken! Perfekt! Hm! Ich brauch mehr Wolken! Wow! Und nun kommt noch was Süßes dazu! Oh! Niedliche Hasen! Ich mach'n kalten! Ja! Das ist kitschig! Was? Für die Beleidigung zahlst du! Regenbogen kraft! Oh nein! Ha! Ha! Loser! Ha! Wolken! Jetzt reicht's! Ha! Ha! Mal sehen, wie dir das gefällt! Ha! Oh Gott! Was hast du mit meinen Regalen gemacht? Iiih! Ekelhaft! Top! Was ist hier los? Du hast alles zerstört! Ha! Ich? Guck, was du getan hast, Casey! Mach's rückgängig! Ich hasse dich, Casey! Nein! Ich hasse dich mehr! Heute, ich gehe dann mal arbeiten! Behalten, ganz ruhig, bitte! Muss mal Glück gehabt! Feuchtbares Jungszeug! Ich hasse meinen Bruder! Ich glaub's nicht, dass sie meine Schwester ist! Ha! Hässliche Wolken! Ha? Was? Sie ist abgegangen? Oh, die Farbe gefällt mir! Meiner Schwester wird's eh egal sein! Haha! Zeit für eine E-Boy-Wand! Runter mit euch! Blöde Wolken! Wiedersehen, blödes Pink! Ha! Ha! Schlaf gut, kleiner Teddy! Was hast du mit meiner Wand gemacht? Schon viel besser! No! No! Oh, Casey, alles in Ordnung? Was? Wie hast du das gemacht? Was zum... Casey! Schaff nichts an! Das ist mein Zimmer! Nein, das ist nicht dein Zimmer! Casey, was machst du? Wir teilen das Zimmer! Nein, 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 nein! Bitte! Nein! Raus aus meiner Hälfte! Was? Keine Chance! Das ist meine Seite! Wie ist das so kalt? Eine Decke! Komm her, meine Süße! Jetzt spüre ich meine Zähne wieder! Du weißt, dass du teilen könntest, oder? Das ist nicht meine Schuld! Das Bett ist auf meiner Seite! Gut! Auf dem Boden schlafe ich eh besser! Was ist hier los? Wow! Mein Ritual! Gute Nacht, Welt! Gute Nacht, Natur! Jetzt zeig ich's! Ich warte auf einen Ritual! Casey, du hast dich mit dem Falschen angelegt! Ja! Haha, Rock'n'Roll! Ich liebe dich, Robert Pattinson! Autsch! Tom! Du störst meine Chakren! Hör auf! Tja, ich bin halt ein Rockstar! Ha! Leg dich nicht mit mir an! Ich hasse dich! Na komm, Leute! Na los! Was macht er? Los geht's! Los geht's! Okay, ich bin in einer Minute zurück! Tom, warum bist du so laut? Lass mich in Ruhe, Casey! Blöd, Mann! Wo bist du, Alter? Woher kommen die Stimmen? Was machst du denn? Antworte endlich! Was ist das? Hallo? Hallo? Ich bin Casey! Ist nicht wahr! Was machst du an Toms PC? Tom ist mein Bruder! Hallo, Toms Schwester! Oh, hi! Ich wusste gar nicht, dass Tom so eine heiße Schwester hat! Danke, Jungs! Tut mir leid, wegen meiner Haare und mir... Leute, ich bin zurück! Casey, was machst du da? Das ist mein PC! Hey! Schupf mich nicht! Was? Aber sie ist ein Mädchen! Ja! Tschüss! Siehst du, deine Freunde haben mit mir gespielt! Aber du peilst doch überhaupt nichts von dem Spiel! Was? Schau nur gut zu, ich werde dein Rekord rechnen! Renn da hin! Lass mich in Ruhe, Tom! Den... Oh! Was? Sorry! Ich hab mich alle getötet! Ich hab doch gesagt, sie kann nicht spielen, Jungs! Keine Sorge, Casey, du kannst mich töten! Wann immer du weißt? Töte mich, töte mich zuerst, bitte! Mich zuerst! Tja, Jungs, stellt euch hinten an! Sie wird mich zuerst töten! Leute, ihr seid so blöd! Ich hau ab! Tschau, Tom! Tschüss! Die Freundschaft ist gekündigt! Mit euch! Wie grob! Hast du einen Freund? Wollen wir aufs Geld? Juhu! Ich war noch niemals so glücklich! Ja, ich auch! Aber am besten, du erzählst Mom nichts von dem Zimmer hier, okay? Verstanden? Na gut! Fang das! Hab ihn! Ich glaub, ich hab Hunger! Bin gleich zurück! Endlich! Eine warme Mahlzeit nach einem arbeitsreichen Tag! Ah, so lecker! Guten Appetit! Oh, ich will den ganzen Teller essen! Oh, das ist meine Lieferung! Bin gleich zurück, meine Leckerein! Oh, wie lecker! Kaum zu glauben, dass es endlich da ist! Oh, meine Güte! Oh, meine Lieblingsmase! Moment, mein Frühstück! Das teile ich nicht mit Casey! Ich komme, mein Leckerbissen! Bin zurück! Wo waren wir? Wo ist denn mein Essen? Bist du da, Leckerbissen? Oh, das war knapp! Nein! Was war das? Nein, nein, nein! Mom, bring mich um! Was ist denn hier los? Oh Gott! Wo ist meine Vase? Was ist in diesem Haus los? Ich will's herausfinden! Diese versteckte Kamera wird die Diebe aufzeichnen! Einfach schnell anschrauben! Perfekt! Ich werde erfahren, was in diesem Haus vor sich geht! Mal sehen, was sie so treiben! Wow! Was für ein cooles Spiel! Casey, Casey! Ich hab Mist gebaut! Was hast du getan? Ich hab Mamas Vase kaputt gemacht! Guck mal! Was? Mom, bringt uns um! Ich weiß! Ich hab ne Idee! Vertraust du mir? Äh, hab keine andere Wahl! Verdienen wir uns Geld! Äh, wonach sucht sie? Wozu braucht sie eine Decke? Wo ist sie hin? Hm, irgendwas stimmt hier nicht! Hm? Hm? Was ist das denn? Ist sie verrückt? Sie haben gar nicht aufgeräumt! Ich muss wissen, was sie treiben! Äh, sie haben nichts ausgepackt! Ungezogene Kinder! Äh! Äh, wartet's nur ab, ihr zwei! Äh! Ihr habt mich sehr wütend gemacht! Äh, wir treten verloren! Jetzt werden wir ja sehen, was ihr versteckt! Äh, 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 hi, Leute! Willkommen zu meinem Stream! Äh, 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 wow! Oh, danke für die Spenden! Äh, äh, danke, danke! Äh, oh, ihr seid so süß! Ich liebe euch, Leute! Mua! Äh, und noch eine Spende? Wow! Danke, oh! Äh, äh, pfff! Und, wie läuft's, Casey? Wir haben das Geld für eine neue Vase fast zusammen! Cool! Nur ein Geldschein? Äh, oh, wow! Das ist übrig gebliebene Deko! Abschlussball? Oh, wow! Da sind Lichter! Oh, bingo! Gut gemacht, Casey! Dann wollen wir die Möbel mal aufbauen! Nur schön vorsichtig beim Ausschneiden sein, Süße! Du bist manchmal ziemlich ungeschickt! Gut! Gut, wir verbinden das Ganze so... Und nun ist Zeit für ein kleines Polster! Casey? Was? Siehst du? Ich brauch nämlich kein Geld! Ah, aber... Perfekt! Jungs und Mädchen im selben Zimmer? Nicht unter meiner Aufsicht Wie konntest du nur? Was ist denn hier los? Dieser Raum ist nur für eine Person Einigt euch, wer hier bleibt Ich komme in Kürze wieder Nur für eine Person? Es ist meins Zeit für ein Prank Gut Sie haut definitiv von alleine ab Hey, hörst du das Klopfen nicht? Mein Butler hat heute frei Du willst mich wohl verarschen Die kleine Maus läuft direkt in die Falle Hallo? Wie kann das denn sein? Wer ist da? Superverdächtig Hey Es kommt von dem Teil? Ernsthaft? Leg dich nicht mit mir an Du Grüne Erbsen Du lässt mir leider keine andere Wahl Nein, 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 nein Korrekt grüne Ausrüstung schnell Deine Todeswolke kickt mich nicht Oh nein Was? Ich mag grüne Erbsen Weißt du was, Casey? Ich werde eine Party machen Eine Party? Und? Du bist nicht eingeladen Was? Ich habe noch nie eine Party verpasst Was? Echt jetzt? Casey, wach auf! Casey, wach auf, du Kreissäge! Oh ja Haha Aha Är doch nicht klapp, oder? Är doch nicht klapp, oder? Hää? 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 Hä? Hää? Vielen Dank.